Kapitel 33 Unter dem Nordlicht Das Phänomen des Nordlichts, auch als Aurora Borealis bekannt, hatte schon immer eine magische Anziehungskraft auf Menschen aus aller Welt. Doch für die Geocaching-Community der kleinen Stadt Kiruna im hohen Norden Schwedens, war es mehr als nur ein Naturshow-Spiel, es war die perfekte Kulisse für einen nächtlichen Cache, der nur erscheint, wenn das Nordlicht den Himmel küsst. Emma, eine Fotograhin- und Geocaching-Enthusiastin, hatte von diesem seltenen Cache gehört, dessen Koordinaten nur unter dem Nordlicht sichtbar wurden. Der Schöpfer dieses Caches hatte eine spezielle reflektierende Farbe verwendet, die nur im Licht der Auroras erkennbar war. Das Geheimnis dieser Koordinaten lockte sie in die eisige Kälte einer klaren Winternacht. Mit dicker Winterkleidung, einem GPS-Gerät und ihrer Kamera bewaffnet, trat Emma hinaus in die Stille der arktischen Nacht. Das Nordlicht war noch nicht erschienen, und die Dunkelheit war fast vollkommen. Nur die Sterne und der schwache Schein des Mondes beleuchteten den schneebedeckten Boden. Sie wanderte zu einem bekannten Aussichtspunkt außerhalb der Stadt, von dem aus die Nordlichter oft gut sichtbar waren. Die kalte Luft war erfüllt von der Erwartung, die jedes Mal entsteht, wenn die Natur sich darauf vorbereitet, eines ihrer spektakulärsten Kunstwerke zu enthüllen. Nach einer Stunde des Wartens, in der Emma die Gelegenheit nutzte, um die nächtliche Landschaft zu fotografieren, begannen die ersten Anzeichen der Aurora am Himmel zu tanzen. Zuerst nur schwache Lichter, dann intensiver werdend, entfalteten sich die Grüntöne der Nordlichter in einer Symphonie aus Farbe und Bewegung. Emma richtete ihre Kamera auf einen großen, flachen Stein in der Nähe des Aussichtspunktes. Wie durch Magie enthüllten die Strahlen der Nordlichter die Koordinaten, die mit der reflektierenden Farbe darauf gemalt waren. Sie zückte ihr GPS und gab die Zahlen ein. Das Ziel war nicht weit, verborgen irgendwo in diesem Bereich, wo das natürliche Lichtspektakel den Boden berührte. Die Koordinaten führten sie zu einem alten, knorrigen Baum, dessen Äste sich wie die Finger eines uralten Wesens in den Nachthimmel streckten. Dort, an der Basis des Baumes, bedeckt von einer Schicht frischen Schnees, fand sie eine kleine, unauffällige Box. Als Emma den Cache öffnete, fand sie im Inneren ein Logbuch, gefüllt mit den Namen jener mutigen Seelen, die vor ihr diese Reise unternommen hatten. Jeder Name war begleitet von einer Geschichte, einem Erlebnis, einer Erinnerung, festgehalten unter dem Zauber des Nordlichts. Emma fügte ihren Namen hinzu, begleitet von einer Zeichnung des Nordlichts, wie es in dieser Nacht erschienen war. Zurück am Aussichtspunkt, mit der Cache-Box sicher in ihrem Rucksack verstaut, ließ Emma ihren Blick über das Himmelspanorama schweifen. Sie fühlte sich verbunden mit dem Universum, erfüllt von Ehrfurcht und der stillen Freude des Teilens eines so seltenen Schatzes. Unter dem Nordlicht hatte sie nicht nur einen Geocache gefunden, sondern auch ein unvergessliches Erlebnis, das sie für immer in ihren Bildern und in ihrem Herzen bewahren würde.